Seit jeher rätselt der Mensch über seine Herkunft, seine Entstehung. Von Gott geschaffen oder ein Produkt der Evolution? Könnten wir das Gestern und das Morgen gleichzeitig sehen? Den Ursprung und das Ende. Das ganze Universum in einem Augenblick suchen wir endlich Antworten finden auf die größten aller Fragen. Was ist der Mensch? Woher kommt der? Was treibt ihn an? Was ist seine Bestimmung?